Moin Moin und Hallo. Wer kennt es nicht? Irgendwann ist es soweit. Die Kauleiste muss renoviert werden. Unser Zahnarzt zeigt uns demzufolge dann einen Kostenvoranschlag über diese Aktionen. Aber es gibt Alternativen, wo wir trotzdem erst klassische Qualität zu einem günstigen Preis erwarten können. Und ob es nur bei der Erwartung bleibt oder ob auch Massive Nice geliefert wird, werden wir in diesem Video klären. Ich durfte nämlich eine Patientin bei einer kompletten Implantation in der Zahnklinik Kosmodent in Budapest begleiten. Wenn, wie in diesem Fall hier, bereits ein Angebot vorliegt, ist es sehr sinnvoll, ein Vergleichsangebot einzuholen. Das Kompetenzteam von Zahnklinik Ungarn in diesem Fall kann dann auf den Daten des bereits bestehenden Kostenvoranschlag ein Gegenangebot unterbreiten. Und wie ihr seht, kann sich das wirklich sehen lassen. Ersparnisse von 50 bis 70 Prozent sind dort garantiert. Und das Kompetenzteam hat auch schnell einen Termin und einen Flug und Unterbringung organisiert. Das heißt also, ab in den Flieger nach Ungarn. Schönes Hotel ausgesucht. Es gibt diverse Partnerhotels, mit denen die Firma zusammenarbeitet. Da ist bestimmt etwas für jeden dabei. Und schon können wir uns die Kosmodent-Klinik mal genauer anschauen. In Ungarns Hauptstadt erwartet uns die top ausgestattete Partnerklinik Kosmodent unter der Leitung von Chefarzt, Doktor der Medizin, Dental Zoltan Ovari. Das Ärzteteam von der Kosmodent-Klinik besteht aus erfahrenen Spezialisten verschiedenster Fachgebiete. Das Fachpersonal der Budapester Zahnklinik spricht sehr gut Deutsch. Die Klinik ist absolut modern, auf dem neuesten Stand eingerichtet und mit der neuesten Technik ausgestattet. Jährlich werden hier über 1000 Straumann oder Karmlog-Implantate gesetzt. Die erste Behandlung dauert in der Regel drei Tage. Zu Beginn findet eine Erstuntersuchung durch den behandelnden Arzt statt. Es wird natürlich dann auch eine aktuelle Röntgenaufnahme erstellt. Und in der Kosmodent-Klinik ist das auch in einem Direkt ein CT, ein Computertomograph. Dort ist es sogar möglich, einen digitalen Zahnabdruck erstellen zu lassen. Das bedeutet in dem Fall, entfällt die alte Formmassenabdrucksgedöns, was relativ unkomfortabel war. Heute oder in modernen Kliniken wie hier, geht es auch mit einem 3D-Scanner. Durch diese modernen Möglichkeiten können wir hohe Erwartungen an unseren Zahnersatz pflegen. Und wir möchten einen perfekten Sitz der Implantate haben. Daher geht es jetzt mit den ganzen Daten ins Labor und dort wird eine Schablone angefertigt. In der Zwischenzeit genießt der Patient Budapest als Beispiel und oder eine Zahnreinigung. Eine professionelle sollte nämlich auch immer noch mit am Start sein. Die Zahnmediziner planen mithilfe von 3D-Planungsprogrammen den chirurgischen Eingriff virtuell am Computer vor. Und mit einer Schablone kann es dann gezielt losgehen. Die Behandlung beginnt erstens Betäubung. Ganz wichtig. Zweitens, durch die Schablone ist eine Implantatssetzung akkurat und genau da, wo es hin soll. Der Implantatkörper bildet die künstliche Zahnwurzel im Kieferknochen nun. Er ist üblicherweise zylindrisch oder zahnwurzelähnlich geformt. 4 bis 15 mm lang und er hat einen Durchmesser von 3 bis 6 mm. Wenn der Implantatkörper gesetzt worden ist und dies natürlich akkurat durch die Schablone, die vorher in dem 3D-Modell angefertigt worden war, ist es Zeit für die Deckschraube. Dies ist eine temporäre Abdeckung, um dort erstmal die Einheilphase optimal initialisieren zu können. Bei fehlender Knochensubstanz wird auch direkt noch ein Knochenaufbau betrieben. Dies ist dann dafür da, um ein gutes Fundament für die Implantate zu bieten. Nach dem ca. 45-minütigen Eingriff wird noch eine Naht gesetzt, die sich dann auch von alleine, sprich die Fähnen werden sich von alleine wieder auflösen. Sie sind aus organischem Material hergestellt und die Operation wird dann erstmal auf Eis gelegt. Denn der Patient ist direkt wieder ansprechbar. Er hat sehr wenig von der besagten OP mitbekommen, hat eine schöne Musiktherapie dabei am Start und jetzt wird das Ergebnis erstmal im hauseigenen CT- und Röntgenautomat kontrolliert. Wir sehen, die zwei Implantate sitzen an einer guten Stelle. Dann gibt es natürlich ein Paket, um dann mit der Schmerztherapie zu beginnen und der, ja, ein bisschen Vereisung auch am Start, um dort eine Schwellung etwas im Kleinbereich zu halten. Dann hat man Zeit, um Budapest zu besichtigen. Es ist wirklich eine schöne Stadt. Am nächsten Tag gibt es eine Nachkontrolle. Natürlich wird nun genau geschaut, wie das Operationsfeld vom Vortag sich verhalten hat, ob etwas dort noch korrigiert werden müsste. Aber hier sieht alles wundervoll aus. Das heißt, diese Etappe der Implantatsetzung ist geschafft und der Patient kann wieder zurückfliegen. Und das auch nach kürzester Zeit ist dies möglich. Und das Beste daran ist, wir haben hier einen wundervollen Standard kennengelernt, der nicht mal überall in Deutschland zu finden ist. Und das Preisliche ist einfach unschlagbar. Da kann man doch ein wunderschönes Lächeln über noch viele Jahre aufrechterhalten. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Sun Sun